Grüß dich und willkommen zur TAP-Herausforderung im Dunezette 6 am 12.05.2024 auf der Karte. Du trägst dich Schwierigkeitsstufe leicht und das sind die Regeln. Du darfst nur einen Haufenplatz hin, hast 2000 auf den Dollar Startgeld. Extrem viele Startleben. Das ganze Spiel zieht sich in Runde 40 ab. Hier kommt ja der Moab. Und das Haufenwissen ist hier nicht deaktiviert, aber ich hab's bei mir im Spiel deaktiviert. Okay, los geht's! Du benötigst hier einen Fallschutzschützen und den stellst du hier an diese Stelle hin. Und zwar so, dass er diesen Weg hier entlang schießen kann und auch diesen hier. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Du könntest diesen Stein hier entfernen, aber dann kannst du dir die Stufe 2 Verbesserung auf der letzten Reihe nicht leisten. Ist auch nicht notwendig für den Sieg. Oder du lässt den Stein hier, wo er ist. Der möchte nämlich einfach nur in Ruhe gelassen werden. Der wird ständig gemobbt von all den Spielern und ich tue ihm jetzt einfach mal den Gefallen. Ich lasse ihn da, wo er ist. Mach die Stufe 2 Verbesserung auf der letzten Reihe und so, jetzt kannst du dein Spiel langsam laufen lassen. Ne, jetzt lasse ich es noch kurz schnell laufen, weil der Moab kommt eh in einer Linie angeflogen. So, ab hier lasse ich es langsam laufen. Weil es nämlich notwendig ist, dass du den wirklich sehr oft triffst mit deinen Projektilen. Vom falschen Schützen hier hinter dem Stein geht es natürlich nicht, weil der blockiert alles. Ja, und ab hier solltest du den wirklich so oft wie möglich treffen. Der sollte hier oben an dieser Kurve dann aufplatzen, wenn du den oft genug getroffen hast. Nämlich jetzt dann. So, und die Keramikbluts, die da hervorkommen, die schweben alle in das Ziel. Da du aber genug Herzen hast, ist das überhaupt kein Problem. Okay, und das ist der Sieg. Ich bekomme hier 90 Hafendollar und 35 Totems. Und damit habe ich mir genug Totems für meine nächste Kiste verdient. Und ich entscheide mich für das U-Boot, genau. Ich glaube, von dem habe ich nicht so viele Instas. Also, Kiste geht auf. Ich bekomme hier ein U-Boot mit 1.02 und 0.02. Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ende und aus.